Ja, hallo und willkommen zu einem Developer Diary von Steel Division 2. Das allerdings sehr, sehr kurz, weswegen ich ganz gerne auch über Steel Division 1 gleichzeitig mal reden möchte. Und zwar haben die in der Developer Diary geschrieben, dass die auf die Geschichte eingegangen sind, auf das Feedback eingegangen ist. Die haben das Feedback gesammelt, gelesen und analysiert, so nennen die das hier vorne, haben die gesagt. Und haben dann eben Rückschlüsse daraus gezogen, was sie eben verändern wollen. Und eine Einzelspielkampagne wollen sie machen, verbesserte historische Genauigkeit und mehr Kontext wollen sie machen. Und eine innovative, strategische, taktische Erfahrung reinbringen. Das sind so die drei Punkte, die sie aus der Kritik gelesen haben. Was zum Teil tatsächlich widerspiegelt, was die Leute wollten, wenn man sich die Kritiken auch wirklich angeguckt hat in einem Forum. Und zum Großteil das vollständig ignoriert. Aber das ist eine andere Geschichte. Nur ganz kurz, zum ersten Teil, ganz kurz. Was war das Problem mit dem ersten Teil? Was wollen sie jetzt verbessern, was sie bisher wissen, was sie verbessern wollen? Also der erste Teil ist ja miserabel bewertet für so ein Spiel. Also vor kurzem, die Leute, die bewerten super schlecht, die Recent Reviews. Und insgesamt, 72% ist eigentlich auch immer sehr schlecht für ein Spiel. Vor allem, wenn das halt ein Spiel ist, was eigentlich mit einer riesen Fangemeinde kommt. So, und von da ist das eigentlich in Summe, also das ist ja keine gute Bewertung. Und das Spiel ist auch schon seit längerer Zeit tot. Also heute hat, man hat die letzten Patch rausgebracht. Im Forum meinten die eben, die hätten das vor einem Jahr, nach dem ersten Jahr erbendend. Also verlassen das Spiel. Können wir mal in den News gucken, wann der letzte Patch war. In dem Fall wurde relativ schnell aufgehört, da halt irgendwas zu machen. Nicht wie bei Wargame, wo die dann noch Jahre später noch gepatcht haben. Und Nuke In-Game-Trailer, Steel Division 2, das ist halt alles Werbung. Command, Fight Your Battles. Muss mal gucken, wann der letzte Patch war. Das ist irgendwo da runter. Free Divisions, das ist der 17. Mai. Also einer meinte nach einem Jahr ungefähr. Also es kommt ungefähr auch hin. Also die haben halt relativ wenig danach gepatcht bei dem Spiel. Und jetzt machen sie auf jeden Fall seit Monaten schon gar nichts mehr dafür. Und das halt, die arbeiten ja auch im zweiten Teil, von Da ist das wirklich verlassen, das Spiel. Und das Hauptproblem war, dass, glaube ich, viele Leute haben das halt wegen Multiplayer gekauft. Aber die, die auch gekauft haben, dachten, dass der Singleplayer funktioniert, haben ja gemerkt, dass der Singleplayer-Modus, dass das sehr, sehr wenig Umfang hatte. Das ist die größte Kritik, die man für den Singleplayer findet. Dass die Leute einfach, ich glaube, da gibt es irgendwie drei Missionen. Ich glaube, drei für die Amis und einen für die Deutschen, das habe ich eben gelesen. Und ich war sehr, sehr kurz als Singleplayer. Deswegen ist es eigentlich ein ausschließlich Multiplayer-Titel ist. Und der Multiplayer-Titel war schon nach wenigen Monaten, hat die Community den halt verlassen, den Titel. Man brauchte ja eine kritische Masse, damit das funktioniert. Und da waren so wenige immer weniger geworden, dass die Leute auch immer weniger kommen. Und jetzt spielt es halt keiner mehr. Also ihr könnt im Forum gucken oder in Kritiken, alles das Gleiche. Wir suchen Spieler. Es gibt keine Spieler, schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Also ist halt Multiplayer-Tot. Kann man die Frage stellen, warum es ein Titel, der halt neu ist und besser als andere sein soll bisher in dem Markt? Die Fortführung von Wargame im Zweiten Weltkrieg, bla bla bla. Wieso ist der Multiplayer so schnell ausgestorben? Muss ich ja einen Grund für geben. Ich persönlich würde bei den Game-Mechaniken suchen, bei denen die Kämpfe waren. Die wären einfach nicht fun. Aber da gibt es verschiedene Meinungen zu. Manche fanden halt dieses Thema alle super. Und das ist der Grund, warum keiner das spielt. Aber das müsst ihr für euch irgendwie ausmachen, was der Grund dafür ist. In jedem Fall ist halt nicht gut bewertet. Und jetzt wollen sie halt aufgrund dieser Kritik, die jetzt überall steht und die bekannt ist, wollen die jetzt eben diese Verwässerung von ihnen, die hier vorne stehen. Und eine von denen ist jetzt zum Beispiel eine Einzelspielerkampagne vergrößert reinzubauen. Eine andere ist die historische Genauigkeit mit mehr Kontext zu verknüpfen. Machen wir erstmal das hier, weil das geht ein bisschen auf die Game-Mechaniken ein. Und zwar haben die gesagt, dass der erste Teil hatte eine authentisch taktische Schlachterfahrung in Echtzeit geboten. Das ist ein bisschen kontrovers das Thema. Also meine Meinung dazu habt ihr vielleicht noch im Kopf. Der eine oder andere hält sich jetzt noch die Ohren zu, was ich geschrieben habe. Und ich fand das halt nicht authentisch, dass wenn ich mit einer Kanone neben einem Panzer schieße, den ich nicht penetrieren kann, dass der Panik sich rumdreht mit dem Rücken zum Pack des Gegners, wer es nicht abknallen lässt. Ich finde es auch nicht realistisch, dass der Kloos Air Support den Panzer nicht knacken kann, bevor der gepanikt ist und viele andere Dinge. Ich fand das alles sehr schwachsinnig, dass Transporter, wenn er die Infanterie ausladet, und dass der Transporter keinem geht, dass das weg teleportiert von der Schlacht und ich nie wieder benutzen kann. Und viele andere Sachen, dass man zwischen zwei Bäumen, die zwei, drei Meter auseinander stehen, mit dem Panzer nicht durchschießen oder durchfahren kann. Und ich wüsste eine ganze Tonne von Sachen, die ich nicht realistisch fand in dem Spiel. Für mich ist tatsächlich aber auch nicht wichtig, ob es authentisch, taktisch irgendwas ist. Mir ist nur wichtig, ob der Spielspaß dabei ist. Und der Spielspaß ohne Lebenspunkte, und da streiten sich halt die Leute. Manche sagen, dass die Lebenspunkte, die bei Wargame waren, die waren einfach miserabel, sagen die. Und ich würde halt sagen, das Nicht-Lebenspunktesystem, was jetzt bei Steel Division ist, fand ich uns miserabel. Aber das ist halt wirklich an der Stelle wahrscheinlich Geschmackssache. Ich habe auch Nachschubsgeschichten vermisst. Da gab es ja, glaube ich, nur Munition, wenn ich mich richtig erinnere. Und man könnte das jetzt lange darüber diskutieren, ob das ja wirklich authentisch taktisch ist oder authentisch taktischer ist, als meinetwegen die Wargame-Spiele waren. Ich bin natürlich im Wargame viel, viel taktischer. Man kann viel, viel mehr machen. Das ist ja der Begriff taktischer aus meiner Sicht. Ob es authentischer ist, was von beiden authentischer ist, könnte, wie gesagt, darüber streiten. Teleportierende Transporter sind halt nicht so authentisch aus meiner Sicht. Die gab es bei Wargame halt nicht, die Scheiße. Und da gab es auch Treibstoff, den gibt es halt hier auch nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das kann ich ja völlig selbst entscheiden, was authentischer und was taktischer ist. Die Frage ist halt nur, hat der Kampf unterm Strich Spaß gemacht wegen den Game-Mechaniken, die drin waren für den Kampf. Und die meisten Leute würden sagen, dass das, also man sieht es ja in der Multiplayer. Wenn es Spaß macht, würden sie spielen in der Multiplayer und es spielt faktisch keiner. Und da ist, glaube ich, die Quintessenz, aus welchen Gründen auch immer, dass der Kampf nicht so fun war wie im Wargame, was wir halt heute noch spielen. So, das ist die eine Geschichte. Das wollen sie aber auf jeden Fall verbessern. Und unglücklicherweise schreiben die bei der Verbesserung, dass es halt gut war, was die Leute nicht mehr spielen wollen. Und wollen jetzt eigentlich nur verbessern, wenn ich das richtig verstehe, dass die Leute halt, also die Leute haben halt nicht genügend Hintergrundwissen und Kontext erhalten und haben sich hier gestellt, worum kämpfen wir in der Normandie? Wie passiert die Schlacht Operation Overlord? Das hat die Leute wohl am meisten gestört. Die sind also ins Forum gegangen, in die Kritiken und haben nachgelesen und die Spieler haben am meisten unter anderem gesagt, dass sie halt nicht wissen, was Operation Overlord ist. Sie wussten nicht, was D-Day ist. Warum kämpfen wir in der Normandie? Das hat die Leute sowieso verwirrt und der Kontext ist so wichtig, dass sie hingegangen sind und gesagt haben, wir machen jetzt im zweiten Teil eine Kampagne, die dynamisch ist, damit man auch weiß, warum die Operation, warum D-Day abläuft. Ich muss an der Stelle sagen, ich bin nicht sicher, was die wo gelesen haben wollen. Aber, also wenn ich das jetzt nachlese, und ich habe es eben nachgelesen nochmal, ich hatte nicht den Eindruck, dass die Leute verwirrt waren darüber, warum die in der Normandie kämpfen. Dass das der größte Kritikpunkt ist oder einer der größeren Kritikpunkte am ersten Teil war, ich weiß nicht, ob die das richtig interpretiert haben, diese Lösung. Da hätte ich meine Zweifel. Auf jeden Fall deswegen, das ist einer der Gründe, warum die eine dynamische, strategische Kampagne einführen wollen, was übrigens hier kleingeschrieben werden muss, Nebensache. Auf jeden Fall, die wollen deswegen die dynamische, strategische Kampagne einführen, was im Grunde genommen das Ding ist, was da oben steht. Ich weiß ja nicht, warum das zwei verschiedene Punkte sind. Und dann wird es eine innovative, strategische Erfahrung, was im Grunde genommen derselbe Punkt wie da ist. Also es sind eigentlich alles drei dieselben Punkte witzigerweise. Auf jeden Fall, die wollen deswegen jetzt den Singleplayer aufmotzen. Und das tatsächlich, was man auch im Forum in Kritiken lesen kann, dass die Leute gesagt haben, Singleplayer war massiv zu kurz und Multiplayer ist ja eh tot. Und von daher war das halt ein Kritikpunkt von vielen Spielern, zu Recht auch. Und muss man jetzt die Frage stellen, Wargame, die gesamte Serie von denen war ja eigentlich auf Multiplayer getrimmt. Von daher kann ich verstehen, dass sie den Singleplayer nicht ausgebaut haben, weil der Multiplayer aber Schrott war, und keiner spielen wollte aus verschiedenen Gründen, ist natürlich der Singleplayer, hätte der schon ein bisschen mehr Beef haben müssen und hatte der nicht. Und jetzt sagen die halt, wir bauen jetzt den Singleplayer aus, was für mich gleichbedeutend ist, mit der Multiplayer wird wieder keinen Fokus bei Steel Division bekommen. Das wäre so meine Interpretation an der Stelle. Aber in jedem Fall wird der Singleplayer jetzt ausgebaut und der wird aufgebaut, das sehen wir jetzt hier unten gleich, in so einer Form, wie das bei Wargame, Red Dragon und Air Land Battle war. Ihr habt eine dynamische Kampagne, das heißt, ihr habt halt so eine Karte, in dem Fall sieht die dann so ungefähr aus, könnt halt da die Einheiten rumschieben. Ihr könnt halt hier diese Bataillone, das ist so ein Bataillon, könnt ihr zusammenbauen und packt ihr halt hier die verschiedenen Einheiten rein, Reconnaissance, ein Panzer, Nachschub, was auch immer. Und dann könnt ihr die halt zusammen bewegen, die Bataillone. Und ja, und dann schiebt ihr die auf der Map halt rum und wenn ihr auf dem Gegner trefft, kommt es halt zum Kampf. Und das ganze System scheint halt wirklich sehr ausgereift zu sein, weil diese A, B, C-Phasen, die halt die Leute auch wohl verwirrt hat, weil die den Kontext nicht begriffen haben angeblich, an der Stelle ganz kurz, ich weiß nicht, wo die das gelesen haben wollen, dass man in der A-Phase mehr Reconnaissance hat, in der C-Phase, wieso war das GAMI und wieso hat die Community das angeblich nicht begriffen, dass man am Anfang einer Schlacht mehr scoutet, als den dicken Panzer zu holen. Ich weiß nicht, wo die das gelesen haben wollen bei euch schon. Aber egal, sagen wir mal, da stand wirklich irgendwo, dass die Leute verwirrt waren, dass am Anfang eines Kampfes mit Scouts angefangen wird. Ja, vielleicht war ja wirklich jemand verwirrt. Deswegen haben die jetzt gesagt, die A, B, C-Phasen, die sie hatten, was ein schönes System ist, die werden jetzt der Kampagne so eingebaut, dass man die nachvollziehen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier mit diesen Jungs angreife oder angegriffen werde und die haben verschiedene Geschwindigkeiten und dann werden die Einheiten, die halt langsamer sind, weniger Bewegungspunkte über hatten oder generell langsamer sind, kochen halt erst in der B-Phase tauchen die auf und die Einheiten halt in der A- und der C-Phase oder wie auch immer. Also, wie ich richtig verstehe, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Trupp hier angreife, hier vorne und aufgrund der Bewegungspunkte können halt die, wenn wir dann in der A-Phase angreifen, die werden, weil sie dann irgendwie 75% die Bewegungspunkte benutzt haben, statt 80% oder so können dann eine B-Phase angreifen und die dann nur eine C, weil die noch weniger Bewegungspunkte nur hatten, also über hatten am Schluss und so wird es dann simuliert, realistisch, dass die halt unterschiedlich eintreffen aufgrund der Geschwindigkeit der Einheiten, die von den Bewegungspunkten dann eben hier simuliert werden und das ist tatsächlich ein schönes System auf so einem Ding. Da haben die wirklich mal auf so einer, ist ja relativ langweilig von A nach B die Truppen zu ziehen, da ist ja keine taktische Tiefe bei, jetzt zieht die von der Straße von einer Stadt zur nächsten im Grunde genommen und denn das aber jetzt aufgepeppen wird eben mit diesem A-B-C-System, was ihr in der Schlacht halt wirklich erfahren könnt und dem mit dem Aufbau der Truppe zu tun hat, was man auch realistisch nachverfolgen kann, muss ich sagen, eine gelungene Idee, das Ganze, ne? Und damit man eben jetzt hier nicht zum Beispiel einfach rein donnert und dann Pech hat, ne? Wenn man halt eine falsche Phase, die falsche Einleitung zur Verfügung hätte, gibt es auch noch eine Konnoissance, die man vorfahren lässt, man kann wohl auch in diese Wälder reingehen, also in den Wald darstellen, die Grafik wird vielleicht noch gemalt irgendwann, ich weiß nicht, ob ein Baum wirklich sowas sein muss, aber mich würde es auch nicht stören, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, ne? Man kann auch in dem Wald wohl kämpfen und dann kommt dann eine Waldkarte kommt dann im Kampf, hier auch eine Stadtkampfkarte und so weiter. Also ich glaube wirklich, dass das ein schönes System ist und eine schöne strategische Map ist, um Einheiten rumzuschieben und dann kann ich halt, wie gesagt, dann auch zusammenbauen, hier nämlich, wenn ich will, mehr Panzer oder irgendwas reinmachen, vielleicht den Speed anpassende Einheiten oder was man halt haben möchte. Also das ist, glaube ich, das sieht gelungen aus, ne? Von da ist es echt eine schöne Idee. Sieht man es nochmal animiert, das Ganze, wenn man da reinfährt, dann wird die Grenze und der Volk auf Wohr halt nach hinten geschoben und so. Sieht auch atmosphärisch aus, als ob man es auf einer Landkarte wirklich rumschiebt, die Einheiten, ne? Also nett, wirklich nett, kann man nicht anders sagen, denke ich, sieht nett aus. So, hier vorne wird nochmal mit den Phasen, ne? Hier sieht man die A, B, C-Phasen, also hier, der ist zum Beispiel in der A-Phase, wenn er da angreift. Wenn die daran teilnehmen würden, wären die in der B-Phase, kommen die erst in die Schlacht rein, hier ist das nochmal schön dargestellt, also auch übersichtlich dargestellt. Ihr könnt auf die Einheiten nachher draufklicken und seht halt dann, wie die Hierarchie da drin ist, wie viele Fahrzeuge, die im Detail von irgendwas haben und ja, das ist eigentlich die Kampagne, also eine dynamische Kampagne, heißt also nicht wirklich so mit Story basiert und so, ihr habt einfach eine Karte, wie das bei Wargame halt war, Zack, Truppen drauf auf beiden Seiten, KI kriegt Spam von allem und dann go, go. Ja, und das ist eigentlich, was sie jetzt hier angekündigt haben, was eigentlich schon mal per se eine gute Idee ist und jetzt muss ich unglücklicherweise das Ganze mit Füßen treten, weil die haben schon gesagt, dass es eindeutig nur für Singleplayer sein wird, die Kampagne, also es ist eindeutig nur für Einzelspieler gedacht. Es ist kein Koop geplant, es ist kein Gegeneinander geplant, es ist kein 2 gegen 2, 3 gegen 3, 4 gegen 4 geplant oder FFF oder wie die alle heißen, FFA und sowas, nichts dergleichen, es ist halt wirklich, ihr spielt gegen die KI und jetzt muss ich halt sagen, Oijin hat eine Tradition und eine Geschichte bei den letzten 5 Spielen, die die gemacht haben, wo die KI, meiner Meinung nach, also wenn die das KI nennen, das ist schon ein bisschen, also das ist schon ein bisschen geflunkert, das KI zu nennen. Wer sich an die Wargame KI erinnert, was die KI macht, die kauft eine Einheit und die Einheit fährt gerade auf euch zu, weil die im Volk of War weiß, wo ihr seid und die macht nichts mit Deckung aussuchen, die macht nichts mit Waffen alternieren, die checkt nicht, ob die mit einem Panzer gegen ein AT-Waffensystem fährt, die fährt gerade auf euch zu, der es egal, ob der Treibstoff ausgeht, ob sie überhaupt Munition hat, ob sie überhaupt eine Killchance hat, die fährt gerade auf euch zu und lässt sich dann abknallen in aller Regel. So war die Wargame KI, so war eigentlich auch, also jede KI, wie jemals geschrieben bei Oijin, war so, das war keine KI, das war einfach nur die Einheit, fährt gerade auf die nächste Einheit von euch zu, die sie im Volk of War auch immer sehen konnte, ja, weswegen die auch immer ganz massive, mehr Einheiten bekommen hat, zum Beispiel, mehr Punkte in Schlachten und was nicht alles. So, das heißt also, wir haben jetzt hier ein Spiel, was sich auf der Kampagne fokussiert, Multiplayer ist zumindest noch nicht so, wie die irgendwas geschrieben haben, mit irgendeiner Form Fokus und ihre Analysen, schreiben das ja auch in keinster Weise, weswegen die das jetzt machen wollen mit der Kampagne, die sagen also, die machen jetzt eine Kampagne auf Singleplayer, die eigentlich auch gut sieht von den Game-Mechaniken und so, aber dann könnt ihr sie halt nur gegen die KI spielen und ich wage zu bezweifeln, ob die KI mit dem ABC-System hier besonders clever vorausgehen wird und ich wage zu bezweifeln, dass die hundertste Schlacht gegen die KI, die einfach mit dem Spam wiederkommt, besonders spannend ist. Also ich weiß nicht, wie viele Leute von euch bei Wargame, die dynamische Kampagne hoch und runter gespielt haben, ich hätte mir jedes Mal einen Kopf gefasst, wie ich die spielen musste. Ich weiß nicht, ob das die Stärke von Origin ist, die ganze Geschichte. Wie gesagt, die Kritiken ist aber aus dem ersten Teil wirklich so, dass die Leute unter anderem eben kritisieren, dass die Kampagne zu kurz war und jetzt machen sie halt damit die Kampagne, Sandbox-Modus mehr oder weniger, gigantisch größer und deswegen ist das eigentlich schon auf die Kritik eingegangen. Aber sagen wir mal so, das war auf meiner persönlichen Sicht war Wargame und, also Spiele von Origin, Wargame und eben Steel Division hätte es auch werden sollen, Multiplayer-Titel eindeutige und wenn sie sich auf die Kampagne jetzt konzentrieren, wo sie halt eine Geschichte seit Firmengründung haben, dass die Kampagnen beschissen sind, ich weiß halt nicht, ob das mich jetzt wirklich, also mir macht das halt Angst, wirklich Angst. Ich denke immer noch, dass man daraus einen guten Multiplayer-Titel machen könnte, aber wenn die sagen, dass sie jetzt ein gutes, authentisches Kampfsystem haben, das deswegen auch nicht verändern wollen, weil es ja gut und authentisch ist und eine taktische Tiefe bietet und die Multiplayer-Community ganz eindeutig anderer Meinung ist, sonst wäre die halt nicht ausgestorben, super hardcore schnell und die jetzt auf den Singleplayer gehen, wo die halt nur eine schlechte Geschichte leider haben, dann ist das leider die schlechtmögliche Kombination, die ich mir persönlich vorstellen kann. An der Stelle möchte ich aber auch sagen, ich gucke es mir auf jeden Fall an, vielleicht haben sie es ja jetzt wirklich gelernt, also vielleicht nach, das ist ja wie gesagt, das wäre ja der sechste Spiel, was die machen, wo dann das erste Mal eine KI funktionieren würde, ja, vielleicht ist das ja möglich, man will das ja nicht ausschließen, als sogar die da alles lernen. Von daher, vielleicht wird das ja interessant, aber ich habe mir einen starken Zweifel, dass das jetzt zum Beispiel so eine lustige Kampagne wird, wie bei Turtle War, selbst die hat schwerwiegen die Macken und die macht wenigstens ein bisschen Spaß, ich weiß nicht, ob das hier sich anbietet, ich sehe da schon kaum, dass es wieder Wargame ist, ihr schiebt die Einheiten rum und habt dann eine Spam-Schlacht nach der anderen, wo die KI sich dämlich verhält und schummelt. Naja, aber wie gesagt, wir lassen uns überraschen, ich gucke auf jeden Fall gerne rein, auf jeden Fall haben die schon gesagt, dass es ausschließlich Singleplayer sein wird. Ansonsten haben sie noch hier unten eine kleine Ankündigung gemacht, es gibt wieder Einzelschlacht-Systeme, das, was eigentlich das Kern des Spieles ist, das Klassiker, also ihr könnt also gegen die KI spielen, was ja kein Mensch macht, ihr könnt also ein Koop-Spiel, das waren glaube ich auch die wenigsten und ihr könnt mehr Spiele spielen, also gegeneinander, also alles, was vorher auch da gewesen ist im Grunde genommen und dann haben sie gesagt, dass sie das Deck-System überarbeiten wollen, dass man jetzt einfach mehr machen kann da, was das genau bedeutet, weiß ich noch nicht so genau, 600 Einheiten wird es jetzt auf jeden Fall geben, aber die meisten sind immer Copy-Paste, was wir vorgaben ja auch und brandneue Waffenfabrik, nicht sicher, was das bedeutet, ich vermute, was die Waffenfabrik nichts anderes ist, dass das Deckbausystem ist und das einfach nur der Hangar ist, wo die Dinger drinstehen, das ist auch ein bisschen hässlich aus, muss man es vorher sagen und die taktische Tiefe war halt wirklich nicht existent, tatsächlich, deswegen ist es auch keinen Spaß gemacht, da ein Deck zu bauen, zumindest nach dem dritten Mal war das Deck immer das Gleiche, von daher geht das hier unten wahrscheinlich auch in die richtige Richtung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Steel Division 2, die Multiplayer-Community, genau, also länger motiviert als den ersten Teil, wenn die keine Veränderungen vornehmen, in wie langweilig die Maps sind, also die Leute sagen halt, die waren authentisch, Gratulation, aber die Nummer D ist das ödeste Gelände, was ihr euch vorstellen könnt, um Krieg zu führen, also wenn sie beim Gelände nichts ändern, also die wichtigsten, Sachen wären halt auch, dass die Höhenunterschiede einfach ein bisschen prägnanter sind, dass man da einfach wirklich auch taktische Tiefe durch Höhenunterschiede hat, gab es da glaube ich auch, aber es gab ja keine Maps, die das genutzt hätten sinnvoll, ja, also die Frage ist halt, können die das Kampfsystem und die Maps so umstellen, dass die Schlachten einfach mehr Fun machen, das wäre glaube ich die Hauptfrage und die haben sie noch nicht beantwortet, hier sind halt nur auf einen neuen Game-Modus eingegangen, wo sie eine schlechte Geschichte zu haben, von daher müssen wir uns überraschen lassen, was die Zukunft bringen wird, ich würde das auf jeden Fall mitverfolgen, das Ganze, weil die Hoffnung ist natürlich groß, dass wenn wir, also wir kriegen ja kein Wargame mehr, die haben ja gesagt, sagt, ne, eindeutig, Wargame 4 ist ja völlig unmöglich von den Game-Mechaniken, kann man nicht auf den Zweiten Weltkrieg machen, ist ja nicht so, dass ein T-34 gegeben würde, aber geht auf gar keinen Fall im Zweiten Weltkrieg und geht auf gar keinen Fall, dass man keinen Krieg weitermacht oder irgendwas, völlig undenkbar von den Game-Mechaniken, haben sie ja offiziell geschrieben, von da müssen wir ja leider mit Steel Division leben und dann ist halt die Frage, ob sich Steel Division 2 so tauglich machen vom Kampfsystem, dass es Spaß macht, dass die Community halt sagt, wir wollen das auf Multiplayer spielen, ich denke halt, dass wenn das Multiplayer-Kampfsystem Spaß macht, dann kann man halt daraus auch ein gutes Singleplayer bauen, aber wenn das Kampfsystem keinen Spaß macht, und das ist offensichtlich der Fall beim ersten Teil der Fall gewesen, dann ist halt auch egal, wie gut die Kampagne ist, dann müsst ihr dasselbe Kampfsystem auch benutzen, das wird halt gegen die dumme KI nicht witziger deshalb, ne, von daher hoffe ich, dass sie noch ein Developer-Diary machen, um die Befürchtung von so dummen Gamern wie mir zu entschärfen, das Kampfsystem muss einfach besser werden aus meiner Sicht, also der Panzer, der ohne Grund wirklich panikt und dann rückwärts in den Gegner reinfährt, das ist halt einfach doof gemacht, ne, das macht halt keinen Sinn aus meiner Sicht, oder der Panzer, der erst sterben kann, wenn der halt gepanikt hatte vorher, dann könnte er aber auch gleich Lebenspunkte geben, das sind halt dann eben nicht regenerierende Lebenspunkte, aber wenn ihr ein Moralsystem habt, dass er erst sterben kann, wenn er gepanikt ist, dann ist das halt, das sind halt wie Schutzschilde, ja, die aufladen, vielleicht haben sie es inzwischen auch schon gepatcht, zwei Zeiten auf jeden Fall konnte man manche Panzer nur snipen, wenn ihr gepanikt waren, das war sehr, sehr eigenartig, naja, auf jeden Fall, lasst uns dabei überraschen, die Kampagne sieht schon mal gut aus, von daher wollen wir die Hoffnung nicht verneinen, für mich persönlich wird das auch hier gar kein Game Mode, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die KI irgendwo ein interessantes Spiel macht, ihr spielt die 10 Stunden Maximum und dann schiebt das beiseite, das war bei jedem dieser Dinger bisher so, und ich kann es nicht nachvollziehen, dass es kein Multiplayer ist, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass wir da ein bisschen was Neues reinbekommen und habe die Hoffnung, also ich habe vielleicht noch ein bisschen Hoffnung, ganz, ganz wenig Hoffnung, bin halt ein Optimist, dass das vielleicht trotzdem interessant werden könnte, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann und ja, dann werden wir uns auf jeden Fall das in Zukunft anschauen, was da noch abgeht, für alle, die jetzt fragen, bei dem Forum habe ich das eben gesehen, als ich nochmal durchgekommen bin hier, lohnt es sich noch Steel Division 1 zu kaufen, sollten wir auf den zweiten Teil warten, weil es dauert noch ein bisschen, bis der rauskommt, also eins braucht ihr nicht kaufen, weil Singleplayer sehr, sehr kleinen Umfang hat in der Community glauben darf und Multiplayer massiv tot ist und Multiplayer keinen Spaß macht, also wenn ihr die Frage stellt, wollt ihr einen schon mal kaufen, das das Angebot ist, lasst die Finger davon, kauft euch den zweiten Teil dann, wenn überhaupt, wenn ihr immer ein Spiel sucht, was gut ist in dieser Form, selbst für Singleplayer, kauft euch Wargame with Dragon, da habt ihr wenigstens 10, 20 Stunden Singleplayer-Kampagne, die ein bisschen eine Fun macht und Multiplayer kann man heute noch spielen, auch wenn natürlich da die Community, also der Skillgap ist da gigantisch, die Leute da sind nur noch Hardcore-Gamer, da wird die Multiplayer einfach gemassakert nonstop, aber wenn ihr unbedingt ein Spiel davon kaufen wollt, würde ich immer noch Wargame with Dragon empfehlen. Jo, das wäre die Geschichte. Genau, einer hat noch im Forum geschrieben und ich glaube, das ist auch stimmt, ich habe eben noch Patch-Notes gefunden, dass die das abandoned haben nach dem ersten Release-Jahr. Es gab halt keine Patches und gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob abandoned ein bisschen hart ist, aber Wargame with Dragon haben sie halt noch relativ, was war das, vor einem Jahr das letzte Mal, glaube ich, richtig gepatcht oder sowas. Also richtig lange waren sie dabei, also heute noch da für das Patchen eigentlich schon eine ganz gute Geschichte gehabt ursprünglich, aber klar, dieses Act of Aggression, was sie rausgebracht haben, da patchten sie halt nichts, weil das halt auch totkommt vollständig. Und Steel Division Patches, welche ich eben gesehen habe, als ich auf diese Patch-On-News gegangen bin, da stand auch nicht viel drin. Man muss aber natürlich auch sagen, wenn das 2017 rauskam und die jetzt den zweiten Teil rausbringen, dann stellen die natürlich auch das Patchen ein. Also da ist es wirklich sehr, sehr kurz supported und das spricht immer gegen Multiplayer-Titel auch nochmal zusätzlich. Also wenn euch Patchen halt wichtig ist, wegen Anpassungen und so, und das wird hauptsächlich die Multiplayer-Community ansprechen, die hatten mal einen guten Namen dahingehend, aber bei den neueren Titeln haben sie das inzwischen eingestellt. Ihr seht ja, jetzt kommt der zweite Teil raus, statt ein großer Patch mit einem DLC oder irgendwas. Da müsst ihr dann selbst nochmal gucken. Jo, das ist die Geschichte und ich mache vielleicht mal irgendwann ein Video, worum ich das Spiel schlecht finde. Ich habe es aber, glaube ich, ein paar Mal erzählt, aber ich glaube, viel wichtiger zu diesem Zeitpunkt ist eigentlich nur, was würden die verbessern im nächsten Teil und würde das die Fehler ansprechen, die der erste Teil hatte. Wenn wir vielleicht mehr Developer-Diaries haben, sprechen wir vielleicht die Unterschiede zum ersten Teil an, ob wir im zweiten Teil in diesen Developer-Diaries darauf eingehen. Ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn wir so rummachen, darauf rumzuhacken, das selbst bringt ja eigentlich nichts. Jo, ansonsten, wenn ihr das Weiters-Weltkriegsspiel sucht, was in diese Richtung geht, auch von Origin damals, Roos, das spiele ich heute noch ab und an mal, kann ich empfehlen. Könnt ihr aber, glaube ich, nicht mehr kaufen, weil die irgendwie die Rechte zu irgendwas verloren haben dabei. Wenn ihr es in der Steam-Library habt, könnt ihr es noch spielen, ihr könnt es aber offiziell nicht mehr kaufen. Aber vielleicht kriegt ihr es noch irgendwo bei eBay oder so, ich weiß es nicht, irgendwo ein Key rumfliegen. Aber Roos kann man halt heute noch empfehlen. Es hat tatsächlich auch, erstaunlicherweise, keine schlechte Kampagne gehabt, wegen der Story da drin. Kann ich auch strunzdoof, aber die Story fand ich eigentlich ganz witzig bei der Kampagne. Ist aber nicht nur Origin, das haben die ja zusammen gemacht mit, wie heißt denn der Publisher? So ein ganz großer war das. Die haben sich davon viel erhofft und ich könnte mir mal vorstellen, dass sie da auch ganz massiv reingesprochen haben. Oh, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Da wo es diese scheiß Coilengips und Origin-Dreck oder so war das, glaube ich. Oder EA oder so was, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, da war die Kampagne tatsächlich ausnahmsweise mal gut. Aber die nächsten sechs Titel, die sie dann rausgebracht haben, da war alles Garbage-Kampagne und KI. Aber die KI auch bei Roos scheiße ist, muss man sagen. Obwohl da gibt es ja dieses Steinschere-Papier-Prinzip, weiß ich nicht, KI da besser funktioniert als bei Wargames zum Beispiel oder über Steel Division. Na gut, das war die Geschichte. Oh, das ist ein französischer Panzer, Schirm. Einer von irgendwie 30 Schirms in dem Spiel. Und damit verabschiede ich mich dann mal. Ciao, ciao.